Das ist doch kein Feiertag. Das ist ein Feiertag bei uns, Boons. Ich glaube, das ist so unglaubhaft, dass ich das wirklich googeln muss. Tag des Deutschen Bieres ist ein offizieller Feiertag bei uns. Ach, du bist viel weiter östlich, okay. Ich bin jetzt hier. Also ja, hier direkt. Bei dir sind auch ein paar Leute. Achso, du bist direkt bei mir. Das sieht erst immer viel weiter aus, dann ist das plötzlich doch wieder vor einem. Oh, hier ist einer bei mir in der Nähe. Echt? Also ich habe eine Schriftwinter für den Notfall. Okay, Artemisia, danke. Hat Artemisia jetzt gelogen und gesagt, das ist kein Feiertag? Artemisia lügt doch nicht. Ich soll mich nicht verschaukeln lassen. Mein Gott, Artemisia. Kommt wahrscheinlich auch aus seiner Region, hat kein Frei. Das ist der wichtigste Feiertag überhaupt für manche Menschen. Oh, ich sehe einen Spieler, ganz weit hinten am weißen Haus. Viele Leute einfach keinen Feiertag dafür brauchen, um einfach Bier den ganzen Tag zu trinken. Das wäre ja auch verrückt, wenn man dafür einen Feiertag brauchen würde. Das ist also, als ob ich einen Feiertag bräuchte, zum Beispiel um meine Freundin zu beschenken. Das muss man einfach so machen. Ein Knigge, also. Ich habe gerade Steps gehört. Ja, bei dir war auch einer in der Nähe. Also das war der eine, der bei mir... Ey, guck mal, hier wäre jetzt der Dutch, ja. Wir könnten ja mal ein bisschen hochfahren. Warte, warte, warte. Hier ist, glaube ich, jemand, was am... Ja, du bist hier, aber hier ist noch jemand. Ja, ich bin bei dir dran. Ja, aber hier ist noch jemand. Da, hast du gesehen. Ich höre die Schütze. Ah, gegenüber, aus dem Diner schießt der. Aus dem Diner. Der ist auch noch da drin. Ich sehe den, ja. Soll ich erst mal abhauen? Ich habe nur eine Shotgun und ich habe keine Weste. Ja, dann lass den Dutch hier nehmen, der hier steht. Hey, demorius, moin. Der ist in den Diner reingegangen. Okay, ich nehme jetzt den Dutch. Ich nehme jetzt den Dutch. Der läuft vor dir lang. Ja. Ich weiß nicht, ich glaube, der hat mich nicht gesehen. Der hat mich sogar abgeschaut. Der hat dich nicht gesehen. Der ist einfach irgendwie weitergelaufen. Das war jetzt einfach zu weit weg, um zu schießen. Oh, Karabiner. Ja, auf mich. Ich komme auf deine Seite hier. Ja, fahre hier hoch. Nee, ich kann... Ja, ich komme. Warte. So, mal versuchen, soweit wir können, in den Norden zu fahren. Ja. Und damit wir schon mal in der Zone sind. Vielleicht sehr wenig. So, wenn du... Das ist alles los. Da ist man hier in der Dekke. Ja, ja, ja. Aber pass auf, an dem weißen Haus da vorne, da waren auch gerade welche, ne? Also an dem jetzt hier vorne. Boah. Fahr! Ja, wir sind sicher. Wir sind schon sicher. Vielleicht können wir sogar die Povka, aber... Also wenn wir nach Severny oder so gehen, werden wir auf jeden Fall, glaube ich, locker da als er... Oder die Einzigen oder so. Ja. Severny, ich habe sogar, wir haben viel Benzin. Los. Ich rufe jetzt einfach hier rein. Irgendwie so hier. Oh. Links ist eine Tür auf. Echt jetzt? Ja, ja. Links ist eine Tür neben den Häusern auf. Ach, Mist. Ich habe nur eine OMP. Ich habe nur eine scheiß Schrottflinte. Und nicht mal einen Choke. Oh, hier ist ein AKM. Ja, das Gärtnerhaus ist ja auch offen. Ja? Oh ja, hier ist richtig viel offen sogar, oder? Aber Muni findet man noch, also... Oder Waffen. Oh ja. Ich habe jetzt ein AKM gefunden. Echt? Ja, hier war ein AKM drin. Richtung Küste sind auch richtig viele Häuser offen. Oh oh. Wenn du beim Nachladen in Feuermodus wechselst, dann kriegst du immer so voll die Spastiken. Wenn du das schockert, dann schockert der immer die Waffe so komisch rum. Echt? Nö. Bleib mal hier ein bisschen in deiner Nähe. Ey, war jetzt auch nur die AKM drin. Sollen wir nochmal zurückfahren zu diesen vier einzelnen Häusern? Die waren ja, glaube ich, unbelutet. Ach so, jemand chillt jetzt hart da drin oder so. Ey, Mela, nächste Woche ist bei uns Bierfrühling. Ey, ich glaube, ich muss da wohnen, wo Mela wohnt, ey. Die haben immer so komische Alkohol-Fan. Bierfrühling. Was ist das denn? Das ist typisch Dorf, weißt du? Die Leute wissen gar nicht, was die anderen machen sollen, außer immer zu trinken. Deswegen haben die tausend Bierfeste. E-Len, hallo. Wo genau? Äh, an der Wand, von mir aus Nord-Ost. Da kommt, der will mich rushen. Frack deep. Weißt du, wo sein... Nee. Ach so, ja, echt mal. Boah, der hat mich genau sehen können an der Ecke, wo ich war. Unfassbar, der hat der... Ich glaube, der ist direkt bei dir an dem Haus dran, oder? Was? Bei mir? Nee, 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 okay. Ich seh den. Wo? Hab ihn. Der ist down. Okay. Muss sein... Oh, ich hatte noch auch vollautomatisch, ey. Richtig verzogen. Ja, dann lass mich mal looten. Das war der Kollege, aber der ist direkt tot. Brauchst du ein SKS? Der Typ hat ein SKS hier. Wenn du die nicht willst, nehme ich die. Nee, nee. Die haben getrennt gelootet. Der kam von links. Das waren, glaube ich, deswegen die einzigen hier. Ska hat der... Das ging doch noch mal gut hier. Mh, eben gar nicht... Die haben aber gar nicht so gute Sachen, irgendwie. Irgendwie 20 Schusset, was der hatte da. Gar nicht mal so cool. Oh, Holo. Perfekt. Achso, ich hab auch noch eine Holo-Side und sowas, ne? Nee, passt. Ich hab jetzt eins. Der hat die ganze AK-Emonie hier. Sauber. Also wenn du 5, 5, 6er hast, die nehme ich gerne. Neun Schuss hab ich von dem aufgenommen, 5, 5, 6er. Kann ich dir geben, hier. Nee, nee, das... Ja. Ich brauch die halt nicht, ne? Was hast du denn für eine Waffe? Weil ich hab 5, 5, 6er... Ich hab die... Entschließend. So, im 16. Ähm, ich... Also brauch ich nur noch ein Magazin. Ich könnte dir einen Compensator geben. Hab ich schon. Okay. Hast du zufällig einen Vierfach-Scope? Nee, ne? Ne, das lag in der Garage... Ach, nee, das war vorherige Runde. Ja. Ja, gut, okay. Ich brauch nur nachher noch einen Scope für meine SKS. Das ist schon alles. Oh ja, hier oben auf dem Berg sind vielleicht. Sollen wir fahren oder laufen jetzt? Ja, laufen, oder? Ja, okay, ich halt hier an, an der Ecke. Wir können versuchen, die zu jagen. Sind die ganz oben auf dem Berg irgendwo? Ja? Yep. Das hab ich gehört. Boah, das ist jetzt aber so offen da hoch. Ja, da sind Schüsse. Mhm. So, Moment, da her. Vielleicht sind ja nur noch ein, zwei Leute da. Ja. Mit springen bist du übrigens schneller, den Berg hoch. Ja? Ich weiß nicht warum, aber... Derzeit funktioniert. Auch wenn man einfach nur rennt? Ist das sicher, dass es viel schneller ist? Ja, können wir ausprobieren. Ja, warte mal, warte mal. Besserer Zeitpunkt, bitte. Ja, geh einfach zum Stein laufen. Vor uns zur Schüsse. Lass uns ausprobieren. Ja, wir rennen zum Stein. Gucken wir mal, ob es schneller ist. Also, ich bin jetzt nur gerannt. Nee, okay, gut dann. Fühlt sich vielleicht nur so an. Ja, guck ich schon. Die sollen doch mal erschießen. Hört der Hügel auch mal auf hier? Ach, vor uns ist so eine scheiß Ruine. Da kam das bestimmt her. Das ist Mordor. Mordor. Sind wir rechts rum oder links rum? Ah, du hast dich schon entschieden. Ich gucke hier nur kurz an den Stein. Hier ist relativ viel Deckung, deswegen. Was ist mit den Autos los in dem Game? Ja, es kann mal sein, dass die Server ein bisschen laggy sind. Und dann sieht das sehr seltsam aus. Aber auch als Beifahrer, also so deine Sicht als Beifahrer, ist manchmal ein bisschen mehr von Leck belastet, sage ich mal. Ja, hier kann man schlecht reingucken dann. Vielleicht kommen sie ja irgendwo gleich raus. Ich gehe mal an den hier hinten. Hinter uns. Oh, hier ist einer hinter uns. Ich habe ihn ausgenockt. Der zweite ist aber auch noch da, der schießt auch auf mich. Oh, du hast ihn. Du hast ihn. Boah, letzter Moment, Mann, mein Leben. Die haben beide auf mich geballert, die Ärsche. Die sind genau... Soll ich dir ein Medgut geben? Ich habe, ich habe... Die sind beide genau am Hang. Wir können die ja erstmal looten. Vielleicht haben die ja was Gutes. Sind ja beide tot. Einer so ein bisschen weiter links, einer rechts von dem. Da waren wir aber auch wieder mit der Position genau falsch. Der hat richtig gutes Zeug. Silent Sneaker, mein Freund. Ich nehme die AWM, wenn es recht ist. Ja. Mein Gott, der hat hier auch noch Vierfach- und Achtfach-Scopes und so. Danke! Mein Freund. Der hat richtig viel Schuss für die M4 und so was, ne? Ich glaube, ich nehme seine M4 dann mal auch. Da ist genug Muni für uns beide auf jeden Fall. Nimm dir auch die Medguts, die da drin sind. Ja, der hat noch eins. Wo ist es? Ja, ja. Nehme ich mir. Habe ich jetzt keinen Griff? Aber der hat einen Engel-Griff. Okay. Da müssen wir mal einmal Platz machen für die Muni von mir. Unten sind noch Fankiller und ganz viele Boos. Aber ich glaube, das reicht jetzt hier. Wobei ein Boos kann ich noch nicht machen. Meat Kid! Ich habe so wenig Inventar irgendwie. Aber meine Weste ist auch super im Arsch. Vom welche? Ja? Richtung Westen. Mindestens waren das Schüsse. Aber ich gucke mir da mal ganz kurz die Weste von dem hier an. Sie ist auch im Arsch. Scheiße. Aber du hast keinen gesehen, ne? Ne, ne. Ich habe die nur gehört. Richtung Westen. Ach, Level 2 Helm hatte der eine auch. Warte mal. Oh, da kommt ein Drop runter. Ja. Ich brauche aber nochmal den Level 2 Helm. Warte mal ganz kurz. Ja, ja. Ja, ja. So war nochmal in die... Ach, scheiße. Jetzt haben wir... Ich könnte nochmal in die Ruine gucken, ob da eine Weste drin liegt. Wir sind hier durch die Baumkronen echt ganz gut geschützt. Muss ich sagen. Vielleicht vom Hangar oder so. Aber da war nix, ne? Ich denke mal, die werden alle da hinten Richtung Westen, da wo es jetzt auch beschossen wird. Naja, wir müssen auch ein bisschen über 200 Meter gleich rennen. Oh. Weil da sind auch richtig viele Steine. Warte, warte aus dem Turm. Der Turm hier vorne, vor mir. Zwei Leute drin. Okay. Ich habe einen Achter. Warte kurz. Hat Hits, hat Hits, hat Hits kassiert. In dem Turm auch? Ne, ne, unten am Turm. Die sind... Einer ist links irgendwo hinweggerannt. Einer ist noch quasi am Turm dran. Aber ich weiß nicht, wo sein Kollege jetzt ist. Ich habe den einen auf jeden Fall gehittet. Ich glaube, ich packe mal meinen Achtfachscope dran hier. Für die Entfernung lohnt sich das, ja. Ja, der ist da wieder. Schon wieder ein Hit. Ich sehe den leider nicht, das ist das Problem. Also ich sehe schon ab und zu mal, aber... Hier kommt doch ein Auto. Ja, ich sehe es. Die wollen wegfahren, glaube ich. Die wollen jetzt gleich wegfahren. Ich versuche auf die Reifen zu schießen, aber... Ja, lass weitergehen jetzt. Eine Minute mehr. Ja, die fahren weg. Ja. Wir müssen, wir müssen. Scheiße. Die werden uns gleich nochmal gefährlich. Nicht die Pisser. Oh, warte. Oh, ich sehe Spieler. Ja, ich auch. Ich glaube nicht. Wir müssen, wir müssen auf die Reifen. Ich habe ihn, habe ihn erwischt. Er ist tot. Also die hat einen krassen Rückstoß, so, wenn man steht, die SKS. Manchmal kann man ja leider nur im Stehen schießen, ne? Und dann ist das echt so... Wir laufen hier genau beim Airdrop vorbei. Ja, ja, ich weiß. Also wir müssen uns den auch noch nehmen. Nehmen? Boah, ich will den letzten Kreisen gar nicht mehr zum Airdrop gehen. Wir müssen aber hier die UAZ-Leute, die können hier noch irgendwo hocken, ne? Boah, super offen hier. Mist. Vor uns die Steine. Wir haben jetzt auch... Vor allem müssen wir genau nach Yasnaya schauen. 30 FPS. Gut. Ich glaube, da vorne auf dem Feld sind irgendwelche... Das ist knapp nicht mehr drin hier. Ach, so ein Mist. Doch, also hier... Hier vorne ist man noch drin. Hier, sonst, guck mal, hier ist es für uns. Ja, okay, dann bleib da, wo du drin bist. Ich bin hier auch drin. Ja, ne, da habe ich aber von hinten erstmal keine Deckung. Oh, ich sehe direkt den Drop. Wir müssen jetzt gleich in das... Boah, ich hoffe, der Kreis ist hier oben. Sonst müssen wir über die Felder rennen, Mann. Ey, hier war der Kreis, wo ich einmal Zweiter geworden bin und nicht den Berg hochkam. Weil der Kreis hinter mir war und ich war an einem Berg. Das war hier. Sind die Leute irgendwo Richtung Südosten? Wird der geschossen? Ja, aber ich weiß nicht von wo. Also, ich sehe nichts. Oh, kommt alles ab hier. Warte, ist das da ein Spieler? Nee, das ist ein Blatt. Da unten wird irgendwie hart geschossen. Sag mal, hat der eine UMP? Ernsthaft? Ja, ne? Irgendeiner stehst du... Ey, wir haben Glück. Das ist nicht so weit weg, der Kreis. Aber das ist voll offen, ne? Ja, also... Siehst du schon, ob da irgendwo... Warte mal. Ist das jetzt ein Spieler? Der Job ist keiner. Wir könnten an den Job rangehen. Aber das ist... Der liegt auch relativ offen hier. Siehst du das schon, ob da gute Bäume sind, die wir könnten? Ähm... Nö, alles offen. Redline Stefan. Da sind sogar richtig... Danke für den Sub, mein Freund. Richtig schlechte Bäume. Okay, scheiße. Stefan. Willkommen im Oma-Paradies, du Eumel. Gib uns deine Power. Danke dir. Fuck. Also wir sind richtig angearscht jetzt eigentlich. Ja, ich musste mich mal so hoch und dann renne ich mal einfach rein. Keine Ahnung. Ich bin schon mal an den ersten Baum hier. Boah. Er hat abgeschossen. Ja. Von links. Warte, ich sehe die. Ich sehe die. Warte, ich helfe dir gleich. Ich brauch ein bisschen. Ja, ich sehe ihn auch. Na, scheiße. Der Stein. Ähm. Der ist hinter der Mauer jetzt irgendwie. Also hinter dem Hügel. Ja. Der wird ja jetzt gleich auch mal rennen müssen, der Typ. Boah, ist das Kacke hier. Bengard, rennen gleich weiter. Wir rennen gleich weiter am besten. Direkt hier am Airdrop vorbei zu den Steinen. Weil dann, wenn wir die Steine hier haben, dann sind wir safe, denke ich mal. Zone kommt jetzt schon. Oh, fuck. Ich bin auch. Hier ist die Zone zum Glück langsam. Hier können wir. Boah. Sollen wir vorne an den Steinen gehen? Na, dann gehe ich hier vorne an den Stein. Oder an den Baum. Ach so, okay. Da vorne laufen welche bei den Häusern Richtung 150. Hier unten sind Spieler bei mir. Kommst du zu mir? Ja, ich komme. Lass die holen. Weil ich brauche noch zwei Sekunden. Schön. Der ist tot. Einer ist tot. Da ist noch einer dahinter. Ja, ja, habe ich gesehen. Wir dürfen nicht. Okay, ich gehe nochmal zurück. Warte, er rennt weg. Hab ihn. Der andere ist tot von denen. Sehr gut. Ja, an dem Haus dort unten. An diesen komischen Strommastik. Da müssen die letzten sein. Ich sehe den. Ich sehe den. Der geht links hoch. Drei Leute leben noch. Ja, die sind links lang. Die könnten gleich den Berg da hoch gehen links. Fuck, wir müssen vor. Wir müssen gleich im nächsten Kreis wieder vor, Mann. Pass auf, dass die nicht... Die können jetzt links den Berg hochkommen. Also, musst du aufpassen. Hm, ich sehe schon. Fuck, komm hier hoch. Hier sind übrigens drei noch. Also, ein Einzelner. Ja. Die müssten aber auch... Der müsste auch da sein, der Einzelner. Wenn wir Glück haben... Das soll zu dem einen Baum gehen, oder? Ja. Wenn die Glück haben, schießen die gleich. Dann hätten wir die beste... Perfekten Zeitpunkt, um fortzulaufen. Sollen wir es schon mal vor? Ja. Lass es jetzt vor. Boah, ich habe keine Deckung hier, ist das Problem. Ja, wir haben beide... Hier unten am Strom, unten am Strommast. Ich habe einen ausgenockt. Ich sehe es. Der hat da einfach mal so ein Flammendingen hingeworfen. Ich weiß nicht, warum. Ein Einzelner muss hier noch irgendwo sein. Der ist aber nur ausgenockt. Der war noch nicht tot. Unten am Haus. Am Haus. Am Haus. Am Haus. Unten an der Ecke am Haus. Einer. Warte, ich hole den. Der ist gleich tot. Der andere müsste auch da unten sein. Da müssten Leute an diesem scheiß Strommast sein, weißt du? Die ganze Zeit. Ich öffne eine Granate hin. Ich auch. An den linken Teil werfe ich meine. Meine kommt nicht an. Oh, ausgenockt. Ein. Ich flanke jetzt. Aber es sind noch zwei andere. Pass auf. Das ist nicht der letzte, der Typ, ne? Das sind die beiden, doch. Das sind die letzten beiden. Die müssen dahinter sein. Ach so. Wenn er ausgenockt ist, können wir die rushen. Ja. Nee, nee. Lass das, das. Wir haben hier bergab. Also bergauf. Okay, okay. Jetzt bist du alleine da. Ja, ist okay. Ist okay. Ist okay. Ich habe Scheiße gemacht. Ich bin im Gebiet drin. Du kannst wieder hochpushen. Ach ja, ich bin ja gar nicht im Gebiet dann. Warte. Ja. Einer noch. Guck auf. Bam. Hab sie. Sag mal. Brauche ich überhaupt mitspielen hier? Du hast gerade alles geholt. Ich habe nichts gesehen. Krass. Ja, die waren halt da. Also warum soll ich nicht angreifen? Aber ey, erste Runde, Solo-Esta-Win. Nee, sauber. Ach nee, es ist nicht unsere erste. Scheiße. Nee, passt schon. Ja. Die erste war ja Warm-Up. Ja. Ne, der Ding ist, wenn das nur noch ein Zweierteam ist, dann ist ausgenockt, dann ist das eigentlich am besten, wenn man die rusht, damit die sich nicht hochhelfen können, weißt du? Aber ja, Hauptsache wir haben es. Ich brauchte wirklich nichts machen. Ich habe keinen mehr gesehen. Ich habe meine ABM wirklich so gut wie nicht benutzt. Toll. Ja. Ja. Vielen Dank.